okay jetzt nehmen wir himmelsdorf auf jetzt kommt himmelsdorf aufnahme läuft sehr verehrte zuschauer linda schneidet nicht schneide nicht hier wird gibt es real life hier kommt alles an stück alles alles das ist natürlich schade dann könnt ihr euch das später nicht noch mal angucken nur ein große kinder martin also und so alle einmal sammeln ja und wir haben noch eine rechnung auf mein freund wer erwartet weiß schon bescheid das ist so der ars nein spontan nicht und die sitzen aus dann dieses mal wieder drei runden oder mal gucken wie wir schaffen gut dann drei es dauert da schon den Berg wieder hochzufahren ja nicht für dich ich hab alles ausgebotet da ist ein hässlicher leopard vorbeigefahren ich würde sagen wir müssen noch mal neu starten weil patrick ist nämlich gerade gegen mich gefahren nein müssen wir nicht jetzt hat er Pech aber denkt dran also du hast nicht mehr so viel ne den Berg kann überzeugen ich bin genauso schnell wie ich bin ich kann doch nicht überrufen aber nachher doch schon aus ok also wir nehmen jetzt erstmal die startposition ein liebe zuschauer ich trage es bleibt genug leute so jetzt wo starten wir ok gerne ich auch nicht so alle auf gut so das ist aber jetzt ein bisschen blöd wollen wir nicht weiter hinten starten wo ist denn die erste reihe jetzt ist die freundin statt jetzt stellen sich jetzt stellen sich mal alle jetzt stellen sich mal alle ich stelle mich nichts weiter hier habt ihr doch diese weißen Streifen in dem Dings drin würde sagen da nehmen wir die die vordere jetzt gerade wo mein Geschütz auf der Höhe ist ah ok oi Entschuldigung die erste Reihe haben wir Linda Kai Jell Martin hör auf jetzt Martin wir nehmen dich mir hat doch gerade eben schon die Ketten gezogen der Bot jetzt noch mal ein bisschen anständig hinstellen hier Kai äh und wie fahren wir jetzt da lang gell gute ist doch auf der Seite ich wünsche ich man könnte die Ketten durchdrehen lassen Moment Leute wir gehen noch mal kurz kurz anschauen wir fahren außenrum aha 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 durch die Mittelgasse wer hat mich da jetzt angeschossen yeah oh sorry sorry der will die Karte nochmal zeigen glaube ich oder zumindest für sie ja ich habe sie nochmal gezeigt hehehe so wir sind soweit oder so wir können auch eine Probe-Runde machen du darfst noch einen kleinen Runden nach vorne nein oder ja eine Probe-Runde machen nein du darfst den ja ausprobieren so du darfst noch eine Probe-Runde jetzt es ist angeschossen ja was ist denn jetzt ich bin da du kannst doch kannst doch ein bisschen zurück du darfst noch ein Lauf eine Laufrolle nach vorne ist okay ist okay ja der hintere Reihe darf jetzt aufschließen ohne anzuecken ah Martin ich fühl mich hier ganz wohl ach okay gut alles klar alle bereit ja man alle Fahrtwasser getrunken ja jetzt mach hin hä Kettenhörn gezogen die Reserven sind drin los jetzt ich weiß nicht 1 2 1 ey 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 jetzt fahr schon Erik halt dich den Verkehr auf ey komm ey Arschloch ja nein 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 Schweine ach gut der weißen Weg der Erik wetten nein es war nur einmal wenn es wieder genutzt nein blöde Wand wer hat die Wand heil gestellt ach soo da lang okay sorry im Prinzip naja die Strecke ist solange die solange er da jetzt Erik ist vor mir immer noch der Bot sorry solange man nicht diagonal fährt also das ist noch im erlaubten würde ich sagen ja ja das passt schon ist ja gnädig Herr Leopard ja so bin ich halt ja pass auf ich hab ja gesagt ich kann ich mir nicht merken ja das ist ja nicht mehr so gnädig ah 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 jetzt links ah ja ok aha und links OCH ja NEIN ihr Schweine Schweine Hahahaha Schweine ich wollt nur gewinnen AHHHHH ah Team Damage ist ja scheiße oder ? LINDAR hol dir den LINDAR 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 ach Hahahaha Ich glaub das schafft keiner lebend Ich glaube, ich wurde jetzt noch von Rieke selbstgemachten Eierlikör. Dann steckst du in den Mund und isch. Dann bist du vielleicht mal die Knappe und beweckst dich das ganze Haus auf. Genau. Okay, wir können nur auf Chaos Queen, weil die Linda im Gegner-Team ist. Du bist zerstört, du kommst mit. Oh, das wird knapp. Oh, Rieke, was tust du noch? Ah, jetzt wird's, jetzt wird's, jetzt wird's, jetzt wird's schwierig. Nein! Ei, Kai hat Lunte gerochen, aber er ist gegen das Wrack gefahren. Und somit ist Rieke wieder vorne. Äh, Linda? Er ist falsch. Ja, Kollege. Linda hat den Weg nicht gefunden. Ja. Dann warte da an der Kreuzung, bis die anderen wieder bei dir sind. Sag, wenn ich wieder fahren darf, Tim. Mhm. Sobald die anderen bei dir sind, darfst du wieder. Oh, jetzt kann sie Stoff geben. Nein. Das musst du nicht tun. Wir durften jetzt nicht mal da lang. Nein! Na, ist schon wieder falsch! Man merkt, dass zwei Frauen führen. Nein. Ich hab ja... Ich bin ja auch im Scheiß rumgefahren. Wo kann's das denn? Du bist ja erst. Ja, ja. Das Ding mit Laufrädern, mit Laufrädern, mit Laufrädern mach echt mehr Spaß. Ich finde es war fast sehr schön. Geil, es sieht schön aus, ja. Oh Mann, hä. Oh Mann, hä. Tim? Fertig hier? Was denn? Feuerträum. Das war die erste Runde, ohne dass er Schaden genommen hat. Würde ich auch keinem empfehlen, hier. So, jetzt wird's wieder spannend. Mal gucken, ob sie den Weg findet. Nein! Oder? Doch. Sie hat ihn gefunden. Oh! Nein! Falsch abgebogen! Ja! 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 Das ist ein Schmuddelfilm aus den 70ern. Falsch abgebogen hieß der. Aber egal. Gut, dass du dich da auskennst. Jetzt. Linda cappt, alles klar. So, jetzt die nächste links. So, ja. Nicht vergessen. Link! Links! Ja, genau. Da könnte sich auch der Leo hinstellen. Ich hab nen Kill. Kannst du mal machen. Wie sieht's denn aus? Drei Runden hieß das, ne? Drei Runden hieß das, ne? Also, ein Komplett, der bisher gestorben ist, hat nen Kill. Bis auf Erik. Danke. Hört keinen Kill und ist nicht gestorben. Da sieht man den Durchschnitt. Übern Durchschnitt. Na ja. Das andere. Na gut. Linda hat gewonnen. Jawoll. Zuneben. Der Tim hat Sprit gesoffen. Ja. Er knallt sich alle ab. Oh. Ja. Jetzt ging die Waden runter. Komm schon.